was geht ab liebe kampfsportfreunde herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal no time ma es gibt breaking news die sehr schockierend sind und zwar dass john jones bei der ufc 295 nicht am start ist weil er sich jetzt im sparring verletzt hat komischerweise wurde genau diese sequenz wo er sich verletzt hat aufgenommen erscheint wohl ein richtiger zufall zu sein dass john jones mit dem handy gefilmt wurde während er sich an der schulter verletzt hat und diese verletzung scheint auf jeden fall ordentlich zu sein so dass er erst mal acht monate lang ausfällt ufc-präsident dana white hat sich gestern wieder vor seine berühmte matchmaking tafel gestellt und hat uns alle informiert dass john jones nicht mehr da ist dass er jetzt wirklich erst mal operiert werden muss acht monate weg fällt und die ufc ein neues main event hat das neue main event für die ufc 295 im medison square garden wird alex pereira gegen jiri prohaska sein freunde ist natürlich auch ein sehr würdiges main event für diesen abend ich hätte trotzdem gern john jones einfach kämpfen sehen er ist auch nicht mehr der jüngste und jetzt noch mal acht monate wieder ausfallen und dann noch mal auf den kampf warten noch mal auf matchup warten ja wird einfach nur eklig sein vor allem wenn wir jetzt einen interim titel kampf haben mit tom espinel und segej pavlovich das bedeutet dass john jones den sieger aus dem kampf machen und kämpfen muss welcher bei der ufc 295 den interim titel im schwergewicht holen das heißt dementsprechend dass die per miocic raus ist aus dem titel rennen also erst mal auf jeden fall ja ich denke john jones muss sich dann entweder tom espinel stellen oder halt segej pavlovich alle wollen es wissen viele sehen pavlovich jetzt als favoriten ja er ist nummer zwei kämpft gegen die nummer vier mit tom espinel und viele denken auf jeden fall dass er ihn brutal finischen wird und danach dann wirklich der kampf john jones gegen pavlovich kommt freunde was einfach nur eine geisteskranke nummer ist ich bin auch extrem gehypt darauf dass das zustande kommt und ich bin froh dass die ufc da so ein bisschen zu vernunft gekommen ist und stipe nicht den kampf gibt nur weil es halt stipe ist sondern wirklich dann auch vielleicht eingesehen hat dass die per miocic älter ist dass die per miocic nicht mehr der fitteste ist und dass sie ein heavyweight john jones lieber testen sollten mit einem sergay welcher in seiner absoluten prime ist jeden aus dem weg fegt im heavyweight und dass john jones dann halt gegen einen jungen stabilen guten contender antritt wäre eine geile nummer tom espinel auch nicht zu unterschätzen was sagt ihr zu dem match up schreibt es mir in die kommentare lasst ein like und abo da bis zum nächsten mal hier bei noten so